Hallo liebe Fußballfreunde, willkommen auf Werners Fußball-Ecke. Ja, das Champions League Viertelfinale, Rückspiel der FC Bayern München zu Hause gegen den FC Arsenal. Meine Prognose, Infos und Tipps für das Spiel. Ja, schauen wir mal. Das erste Spiel, das Hinspiel, war ja ein 2 zu 2 zwischen Bayern und Arsenal. Das war schon mal ein sehr gutes Ergebnis für den FC Bayern München auswärts, ein 2 zu 2 Zoll bei Arsenal. Auch wenn man natürlich nicht vergessen darf, Bayern hat 2 zu 1 geführt. Aber das 2 zu 2 auswärts ist ein sehr gutes Ergebnis für das Rückspiel in Bayern morgen am Mittwoch. Ja, liebe Fußballfreunde, gucken wir uns mal den Arsenal London an. Arsenal London hat das letzte Spiel, jetzt am Wochenende, zu Hause 2 zu 0 verloren gegen Aston Villa. Also Arsenal geht schon ein bisschen angeschlagen in das Rückspiel im Viertelfinale gegen den FC Bayern. Ja, und Bayern München, der jetzt gegen Köln 2 zu 0 zu Hause gewonnen, war zwar wieder mal kein überragendes Spiel, aber ein Heimsieg und ein wichtiger Sieg für die Moral für die Spieler vom FC Bayern, jetzt für das Spiel gegen Arsenal. Ja, Arsenal derzeit Tabellenzweiter der Premier League mit 71 Punkten, 2 Punkte Rückstand auf Manchester City, Tabellenerster. Also trotzdem noch gut, natürlich die Mannschaft von Arsenal. Schauen wir uns mal die letzten Begegnungen beider Teams an in der Champions League zwischen Bayern und Arsenal. Da haben wir 9 Spiele insgesamt die letzten paar Jahre, muss man allerdings sagen. 5 Mal konnte Bayern München gewinnen, 2 Mal Arsenal und es gab 2 Unentschieden. Gerade am 2017, 5 zu 1 hat Bayern bei Arsenal gewonnen und davor 2015 zu Hause gegen Arsenal auch 5 zu 1. Also spricht schon einiges, dass Bayern sehr gute Möglichkeiten hat, gegen Arsenal ins Halbfinale der Champions League vorzurücken. Da ja auch Bayern 2 zu 2 gespielt hat, Bayern reicht ein 0 zu 0, Bayern reicht ein 1 zu 1 zum Weiterkommen. Klar, wenn Arsenal 1 zu 0, 2 zu 0 führen sollte, wird es natürlich schwer. Aber Bayern reicht ein Unentschieden bis zum 2 zu 2, wo es dann in die Verlängerung gehen würde. Aber ich sehe Bayern in einer sehr guten Ausgangsposition für das Spiel gegen Arsenal. Ja, dann schauen wir uns mal die letzten Spieltage von Arsenal an auswärts. 6 Siege, 2 Niederlagen, 2 Unentschieden. Also klar, man darf Arsenal jetzt nicht unterschätzen, nach der Heimniederlage jetzt am Wochenende. Aber Arsenal jetzt gerade eventuell in einer kleineren, schwachen Form oder zu viel Angst oder Respekt, was das Viertelfinalspiel in Bayern angeht. Ja, schauen wir uns die möglichen Aufstellungen beider Teams an. Der FC Bayern München muss natürlich jetzt wieder auf Serge Gnabry verzichten. Er war jetzt erst wieder reingekommen ins Team, hat auch schon wichtige Tore geschossen, auch gerade in Arsenal. Ist aber wieder leider verletzt. So, ich denke natürlich im Sturm Harry Kane, dann links außen Jamal Musiala im Mittelfeld, im offensiven Thomas Müller. Rechts außen Leroy Sané, wo der, denke ich mal, auch ein bisschen jetzt geschont gehen könnte, um fit zu sein für das Arsenal-Spiel. Ja, dann hoffe ich, dass er im defensiven Mittelfeld Pavlovich spielen lassen wird mit Guerreiro zusammen. Die Achse hat schon sehr gut funktioniert oder halt für Guerreiro Goretzka. So, die linke Seite, das könnte das leichte Problem von Bayern werden. Davis ist ja gelb gesperrt. Jetzt muss Tuchel gucken, wen er auf die linke Seite spielen lassen wird. Masauri oder halt eventuell Guerreiro. Problem ist, Saka von London, er kommt ja über die linke Seite, ist falsch schnell. Und da ist das Problem, Masauri ist jetzt nicht der Schnellste. Eigentlich auch Rechtsverteidiger, aber bei der Nationalmannschaft spielt er öfters Linksverteidiger. Oder halt Guerreiro, der die Position natürlich schon sehr gut kennt. Da bin ich mal gespannt, wie Thomas Tuchel das Problem lösen wird. Weil das ist schon ein wirklich größeres Problem, die linke Verteidigerseite. Kleine Innenverteidigung wird er wahrscheinlich wieder auf Dyer und De Ligt setzen. Ein super Duo, muss man sagen, die letzten Wochen. Sehr guter Innenverteidiger. Und natürlich im Tor Manuel Neuer. Und ich denke, und auf der Rechtsverteidigerposition, Joshua Kimmich, denke ich mal, wird da jetzt auch bleiben und spielen. Gegen Arsenal London. Ja, schauen wir uns halt Arsenal London an. Arsenal London, Ortega, der Trainer von Arsenal, kann sein bestes Team aufstellen. Jetzt gab es ein bisschen hin und her mit Odegaard, ob er sich verletzt hat. Aber so wie es aussieht, ist Odegaard auch fit für das Spiel gegen Bayern. Klaas Saka rechts außen, super Spieler, super schnell. Da muss man aufpassen. Im Sturm wahrscheinlich Kai Havertz. Sonst kann Ortega, wie gesagt, sein bestes Team aufstellen gegen Bayern München. Es wird natürlich ein spannendes und auch knappes Spiel. Ich glaube jetzt nicht, dass Bayern da vier Tore, fünf Tore schießt gegen Arsenal. Wäre super. Glaube ich aber jetzt nicht in der jetzigen Situation. Ich denke aber, und mein Tipp für Bayern München gegen Arsenal London, wird ein 2 zu 1 Heimsieg für den FC Bayern und somit auch der Einzug ins Halbfinale der Champions League, liebe Fußballfreunde. Was tippt ihr? Schreibt deinen Tipp in die Kommentare. Ich danke dir für ein Like und für ein Abo für Werners Fußballecke. Verpasst auch hier meine anderen Fußballvideos nicht. Bis dann. Tschüss.